Wir freuen uns, dass ihr von euch eingeschaut habt. Vielen Dank schon dafür. Wir freuen uns, wenn ihr uns sehr gut seid. In der Union den Subscriber anklicken. Oder vielleicht mal unsere WhatsApp-Nummer abschreiben. Von euch machen wir schmucke Bilder und schmucke Videos. Wie ihr euch eingeschaut habt. Von euch wollen wir eine ganze Reihe schmucke Bilder sein. Von verschiedenen Ländern, wo unsere Pläutige wohnen. Und wo unsere Pläutige Menschen arbeiden und wo unsere Pläutige Menschen leben. Wir freuen uns, dass wir uns diese Videos anschauen. Wir haben das verreicht, hier in Kanada, hier bei uns in unserem Studio, die Teubtisch-Stahl, die Mieter-Beorbeide, und dann die andere Pläutige Menschen, die auch alle wohnen. Ihr habt uns Bilder geschaut und Videos geschaut von jener Landschaften, von jener Arbeitsstädten. Ihr habt uns auch Videos und Bilder geschaut, wo ihr wohnet. Wo ihr auf jener Maschine arbeidet. Ganz besonders streben, ihr habt auch, wenn jugendliche Antwort durchschaut. Zum Beispiel Musikmärketeubt und singen. Fäne Schieße, fäne Ete, in fäne Landschaften. So hat Gott uns gesehen aus einer großen Familie. Was noch sehr wichtig ist, dass du und ich aus dem Pläutige, dass wir Jesus aus unserem persönlichen Heiland waren. Wenn du aber noch nicht hast angenommen aus deinem persönlichen Heiland, dann möchte ich dir hier ganz klar Mieter-Beorbeide zu tunen. Ich nehme dir doch mal an und Frau Jesus auf die Welt in deinem Horten ankomme, der deine Sünde bekanne. Dann wird Jesus dir alles vergeben, dann wird Gott sein Kind geworden. Und dann wird mein Bruder und meine Sester am Haaren geworden. Dann kann ich alle Taub so eine schmucke Bilder aussehen, in der ganzen Welt, in der ganzen Welt, in unserer Pläutige Menschen, was er mitmacht, Jesus noch zu folgen. So, ich hoffe auch, dass diese Videos, die hier geworden sind, in den Bildern, dass ihr gerne ein bisschen nachdenken, wie andere Pläutige wohnen in andere Länder und wie wir als die große Familie kennen, den einen Jesus im Himmel dienen und am Loben und Preisen. Was mich auch noch sehr interessiert hat, weil ich sage, dass unsere Pläutige Menschen sich ohne einander geholfen werden. Weil die Omen sind, dass wir dich gerne helfen. Weil ich, wie ich das sage, und wie ich das sage, und wie es wichtig ist für mich, wie ich wie Omen, so sehr Omen was ich ab. Menschen, die mir helfen, so dass ich ein besseres Leben kann, so dass ich von dir kann, in die ganze Welt reisen mit meiner Familie, Jesus zu loben und zu preisen, und andere Menschen anzuspornen, Jesus noch zu folgen. So, nun möchte ich es noch einmal sagen, und ich habe es auch schon gesagt, wenn ihr uns Videos möchtet, dann stellt uns doch, das ist das, das Phone hält, ich habe es schon einmal. Hält das Phone, das ist das. Nicht das ist das. Das wird am Video viel besser, wenn die Videos das ist das gemerkt sind. Und wenn man das Video merkt, dann ist das nicht, das ist das vor, und das sieht alles wie es ist. Schaut ihr den an, dann fangt das ist das an, und dann geht es ganz langsam, ganz langsam, dass der andere kommt. Und dann schaut ihr, und dann schaut uns das Video, wie ihr das Bild habt. Dann kann ich da viel besser mit arbeiten. Und ich hoffe, dass ihr das auch versteht, dass ich das gut meine da, ihr habt uns schmacken Videos geschaut, und das freut uns sehr, dass ihr eure Hand immer waren, die ihr meegemacht. So, nun möchte ich auch noch, ihr bedenkt, dass ihr auch für uns bedenkt, wenn wir diese Arbeit machen, so dass wir auch in den Zielen sind, und dass wir gerne Menschen mitmachen, an sie vor dem Himmel, nicht hervallen. Aber auch möchte ich uns sagen, nun duft noch den Video, ganz bei dem Eindschirm, vielleicht best du da auch noch heen zu wollen. So, wir wünschen dir und deine Familie, noch einen schönen Tag mit Jesus. Ich will meine Familie, für uns das Bild habt. Ich will sie auch lange, wenn sie sich nicht mehr homelessness kennen, wenn sie sich nicht mehr so like, wenn sie sich nicht mehr so like, wenn sie sich nicht mehr so einfach auf契ust, wenn sie sich nicht mehr so aufutt. Aber auch wenn sie sich nicht mehr so like, wenn sie sich nicht mehr so aufutt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020